Und wie kommen wir wieder nach oben? Hast du nen Rückruftrank? Ja, fünf Stück glaub ich Damit kannst du nicht mehr nach oben teleportieren Es gibt später, also man kann einen Spiegel finden, André, mit dem kannst du dich auch wegporten Damit kann ich was? Wegporten Wieder zurückporten zum Haushalt Mit dem Spiegel, aber den hast du noch nicht Oder das Platinerz Ich hab da unten nen Lebenskristall Das hier? Das müsste Platinerz sein Wie viel Leben hast du, Flo? Tausend Einmal nicht tausend Hundertsechzig Okay, dann nehm ich den nächsten Lebenskristall Zwohundertsechzig und macht mich an? Hundertsechzig Apso Du hast hundert- zwanzig neben mehr als ich Ich hab ja, ich hab jetzt zuhundertsechzig vollständig deswegen Oh Gott, wir brauchen Wasser Und hier unten nochmal, ganz hier unten, ne, finde ich noch mal Silber Ah nein nein, oh nein Sie müssen gleich, wenn schon das, die Lava umleiten. Das mach ich jetzt schon mal, fang ich mal an. Andere, aufpassen, aber nur das Lava. Das tötet dich ins... Bin ins denn auch nicht, oder? Du kannst einfach kurz freinspringen, dann hast du aber großartig, dass du dein Ding schon verloren. Ja. Deswegen bin ich gerade dabei, die Lava umzuleiten, dass wir uns weiter gerade nach unten bauen können. Lol, was ist das denn für eine... Ich hab Hermes-Stiefel, geil. Ja, die hab ich auch. Ah, auch gerade gefunden. Kannst du schneller laufen. Ja. Ich hab Marmor gefunden. Wie ist es aus? Ist es Marmor? Ich hab... Ich hab ne Bombe. Marmor? Das ist ja cool. Wow, ich hab Dynamit. Wo sehe ich... Ach, da sehe ich das. Interessant. Platin! Was hast du denn gemacht? Ich? Nein, ich. Und das hat uns nichts gebracht, jetzt ist du schon bewusst, ne? Hier ist immer noch Lava an mir, ne? Scheiße! Hey, flog hier so Lava. Lava hat mich getötet. Okay. Bist du gestorben, Maxi? Lava. Ah, wir sind jetzt hier kurz vor der Hölle. Ach, verdammt. André, kommst du wieder hoch? Am besten? Klar! Aber da geht der Abba! Gib mal dein ganzes Erz, Flo. Gib mal dein ganzes Erz. Mein ganzes Erz. Da, da. Warte kurz, ich muss kurz wahrscheinlich was erstmal hier wegpacken. Mehr Erz habe ich nicht. Nee. Darf ich das mal zum Barren machen, meine Erze? Ja, das wollte ich gerade alles machen, deswegen. Hättest du mir alles schon mal hergeben können, weil ich hab halt auch noch ein bisschen einiges an Erz. Ja, warte mal, wo soll ich das reinpacken? Weiß wo, hat's mir. Ja, wie mach ich das denn? Du nehmst das mit Linkskick in die Hand und gehst dann außerhalb deiner Silventars und klickst Rechtsklick. So. Genau. Noch mehr? Äh, Bleierz. Kupfer oder so. Silbererz. Beide Kupfer hab ich auch. Smaragd kriegst du auch noch in die Fresse. Oh, das hat das Ding eingetragen, weil er zu gierig war. Ja, Smaragd brauch ich nicht. Smaragd brauch ich nicht. Kupfer 43. Machst du jetzt auch die ganzen Barren, oder was? Ja, ich hab alles. Barren hab ich auch noch. Warte, hier, dann kriegst du noch Silberbarren. Machst du mal in einem Baumarsch, meine Saw brauchen wir und ein... Oh Gott, warte, habe ich mir auch in den Kupferbarren gesammelt. Giddoi! Eine Saw? Ja, und dann so den Webstuhl für ein Bett. Äh, und ich brauch mein besseres Schwert und ja. Ach, warte, hier noch zu sparen. Oh, was wird denn die Säge gemacht, Flo? Ähm, eine Kette, die muss aus ein Eisen-ähnliches Stoff herstellen und Holz. Wie gesagt, es wäre schön, wenn ich nochmal eine bessere Waffe hätte. Ja, gleich. Gleich, alles gut. Gesundheit. Danke. Gott, bin ich schnell, Alter. Ah, Kette, okay, gut. Kette. Und Eisen. Ähnlich heißen. Wir sind ja wahrscheinlich irgendwo hier oben. Holz. Werkbank. Dafür musst du, glaube ich, sogar in die Werkbank. Bin ich dann? Oh, ich war gar nicht da. Und ich glaub, Rüstung hab ich noch gar nicht, außer einmal Brust. Was für den Brust hast du denn? Also Kupfer. Ja. Ich hab gerade Zeit, der ist ja auch nur hauptsächlich Kupfer. Sägewerk, ne? Sägewerk. Genau. Hüdenforscher-Trank hab ich. Zeig den Fundort von Schätzen und Ärzte. Ja, zur Ahnung, dass die Gläser dann so auf, so... Es gibt dann Rohstoffe und anderen so Kram auf. So. Was mach ich eigentlich mit den ganzen Schneeblöcken? So, Flo, wie, was hast du denn? Platin-Sachen schon? Ausrüstung, meine ich? Also, Rüstung? Gar nichts. Achso. Was hast du denn für eine Rüstung komplett? Kupfer und Gladiatoren. Oh. Okay, warte mal. André braucht erst mal ne Waffe. André kriegt jetzt hier erst mal den Platin-Bogen. Komm her, André. Äh, oh, ein Platin... Äh, den... Warte, warte mal, warte, warte mal. Ich habe... Ja, ich hab'n Bleibogen. Ja, komm her. Platin-Bogen. Lohnst du... Erst mal ein Platin-Schwert, würd ich sagen, ne? Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Hast du schon? Ähm, ich kann aber nur noch nen Helm machen, also wird sich das nicht lohnen. Ähm, ich brauch auch noch ne Spitz... ne bessere Spitzacke, wär mal gut. Spitzacke. Hier, Flo. Äh, ja, kriegst du gleich. So, dann kriegst du erst mal nur das hier. Ja, weil... Der Paki-Mein ist schon mal weg. Äh, hat er irgendwas... Hat dich grad auch gesagt. Hast du den Helm, Flo? Ja. Gut. Maxi, möchtest du... Möchtest du von euch die Gladiatornteile haben? Rüstung, Plattenpanzer? Bring drei Rüstung. Äh, hier, André, kriegst du eine Spitzacke. Jo, danke. Flo? Hast du Platin-Spitzacke? Nein. Hier, ich kann noch eine machen. Dann kriegst du nur ne Platin-Spitzacke. Ach, hier sind die ganzen Tränke drin, ne? So, warte mal. Ja, genau. So, äh... Äh... Ah, Fehlerstunden brauch ich. Nicht wundern, was ich grad hier baue. Es ist einfach nur wegen... ...Auge von Cthulhu. Wollt ihr denn jetzt alle kommen, wegen Auge von Cthulhu? Ja, gleich, warte. Chill mal, wer immer. Ich hab mir grad eine provisorische... ...Kampfplattform gebaut. Ich muss hier erstmal alles... ...mal wieder einsortieren. Was hast du eigentlich aus den Sternen gemacht, André? Äh, ich hatte nix eigentlich, sie sind verschwunden. Ist klar. Ne, ich hatte nur zwei. Wo kommen die Sterne rein? Hier, ganz hinten rechts, Trank. Dingens. So, äh... Platin, Blei, Silber... Ja, glaub mal, die sind weg. Keine Ahnung. Platin... Wolfram... Das ist keine Müll... Maxi, kommst du? Bitte? Weil... Schau, darf ich mal mein Inventar ausleeren? Ja, und was machen wir hier? Ja, was du gleich schon bemerken. Mann, dieser Guide ist aber auch dumm, ne? Gott. Weil das für ihn doch nicht als Chaos gilt. Maxi. Ja, trotzdem ist er dumm. Hände denn nicht dran? So. Wann gilt es für ihn als Haus mit dem Bett, ne? Mann! Können wir mal die Tür zumachen? Ähm, der gilt es als Haus ab. Jetzt. Ja. Jetzt sollte er ja normalerweise, wenn es nacht ist, da drin bleiben. So, und jetzt machen wir was? Vielleicht das Auge von Cthulhu. Das ist ein Boss. Den man halt mit Fernkampfsachen am besten angreift. Ja, ich hab einen Bogen mit 1200 Schuss. Ja, ist nice. Ja, fang an, Flo. Ich mach, sag immer noch mal, gerade noch mal hier oben, wenn er für Licht. KULTURU! Kriegst du auch ein Lebenskristall von mir, Flo? Hey, warum schießt du so schnell mit den Pfeilen? Ich hab Wurf-Sperre benutzt. Doch. So. Was ist das denn, die Faugen hier? Geh mal weg, du. Nervigen Augen, ey. Nächste Frage. Ich verballer meine Wurf-Sterne. Magdi, du sollst alles nicht, dass wir den benutzen, weil du hast nur 140. Ja, ich hab noch einen. Ja, ich bin gestorben. Lull. Und was bringt uns das jetzt? Manchmal müssen wir es aufgesammelt haben. Ja. Und wir haben es nochmal. Hä, wieso nochmal? Weil ich noch ein Auge hatte, um ihn zu erwecken. Warum freue ich grad nicht? Jetzt. Jetzt hat er mich gefokust. Ja, versuch's aber. Wenn er mich gefokust hat, geht's schwer. Ja. Halt, hanklocken. Wir kriegen von dem Dämonit-Erz, André. Das ist nochmal ein sehr starkes Erz, damit wir Sachen abräumen können besser. Ich glaube, mit der Spitzhacke davon können wir auch, ähm... Da ist das. Obsidian. Ja. Ja. Ja, ich mach mir auch gleich einen Spitzhacke daraus, ne? Ja, wir brauchen die Schatten-Chuppen. Maxi. Ach ja. Bedeutet, wir müssen einen Weltenfresser töten. Wie, spawnen wir den nochmal? Dämonische Kugeln abbauen, wo wir auch die Moskette herbekommen. Ach ja. Okay, so, noch eins hab ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab ne schwarze Linse. Alter. Was bringt das? Ich brauch echt noch ein Schwert erstmal. Oder auch mal bessere Pfeile, Alter. Ich hätte Brandpfeile, ja. Ja, Flo? Ja? Ja. Äh, das hab ich jetzt bekommen. Ich hab gar nichts. Also, da. Ja, aus Dämonit können wir jetzt erstmal nichts anfangen. Musst nur halt warten, bis wir... Ja, Flo, deine Spitzhacke. Hey, was ist hier denn? Das sind, äh, daraus... Da kannst du Betten und so herstellen, Alter. Und nach... Nachdem wir... Wie heißt das... Die Moskette... Die Kugeln abgebaut haben... Kommen ja auch... Kommen ja auch... Wie heißt das nochmal... Meteoriten runter. Ja, dann lass uns das mal machen hier jetzt. Was für ein Hammer brauchen wir dafür? Nur irgendeinen Hammer. Irgendeinen? Irgendeinen? Ich bin auch weg. Links ist gerade ein Meteor... Ähm, Stern runtergekommen. Ja, ich hab eben auch schon einen eingesammelt. Hier ist noch einer. Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n Kupferhammer hergestellt. Maxine. Nach rechts laufen, ne? Komm zu mir. Ja, ich hab' schon einen Bleihammer. Achso. Sag doch was. Komm doch. Jetzt. Aber wir müssen, glaub' ich, wieder warten, bis es Nacht ist. Äh, bring' mal ein Bett mit, Flo. Gute Idee. Okay. André macht das schon wieder schneller. André, weiß ich, wie man ein Bett craftet? Nö. Ja, Silk. Also, Seide. Ist in irgendeiner Truhe. In einer der oben rechts. Müsste Seide sein, du brauchst Holz dafür. Dafür musst du dann an die... ...Wiege gehen? Was willst du haben? Ein Bett. Ist das das, was wir da oben schon stehen haben? Und wo bist du? Rechts. Ganz weit, ne? Ja. Im Corrupted-Gebiet. Wir müssen jetzt ins Corrupted-Gebiet. Okay, einfach mal vier... ...Seelenfresser. Ihr müsst halt eben auf mich warten, weil ich langsam bin. Ja. Ich kämpfe eh noch. Gegen diese ganzen Seelenfresser. Oh, es ist wieder Tag. Können wir Tag zu überhaupt den Weltenfresser... Wow! Wow, mach ich damit an den. Bam, 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 bam. In der Meinung, ja, Flo. Können wir mal ausprobieren. Ja, eben. Oh! Hast du den Zip-Move gesehen? Ich hab ein Bett. Ja, das kannst du gleich erst planten. Ja, das kannst du planten. Ich hab die Zip gegeben. Ja ok Ich komme gar nicht mehr rüber Ich muss mal gucken, wie ich mir die Flammen feine Rechtsklick aufs Bett, André Hä? Rechtsklick aufs Bett Und jetzt? Jetzt hast du hier deinen Spawn Point gesetzt Das heißt, du spawnst immer da, weil wir hier ja auch gleich diesen Weltenfresser oder so besiegen werden Ja, ihr wisst schon Ich hab diesen Doppelsprung immer noch nicht Ich weiß gar nicht, wie ich hier runter kommen soll Ja, dann musst du mal Dann musst du langsamer runter halt Ganz einfach Aber hier unten ist eh nichts Ah Sie unten ist nichts, Maxin? Ne, da unten war nichts Also müssen wir wieder hoch? Ja, du musst dich irgendwie hochbauen Das ist halt übel ätzend hier in diesen Dingern Weiter rechts als dieses Corrupted Gebiet war ich auch noch gar nicht Könnt ihr einmal warten noch nicht, das wäre so lieb Ich warte hier Ja, ich erkunde hier noch ein bisschen Maxi, du bist direkt über einen Teil runter gegangen Bin ich vorbeigelaufen? Ja, und ne Truhe Ne, ne Truhe hab ich hier grad geholt Hier ist aber noch ne Truhe Oh Hier kann man runter Hier kann man runter Jo, hier kann man sehr weit runter Und links Himmel Oh Ähm Oh Is'ne Truhe Oh Oh Ai Huh André aufpassen Ehm Oh Gott, den Sprung schau' wieder nicht Doch, klar Okay Tde Er ist